Dieses zu veräußernde gut gepflegte 4-Zimmer-Einfamilienhaus steht im Rhein-Erft-Kreis. Dieses Haus wurde im Jahr 1972 erbaut und 2006 saniert. Es wird über eine Gaszentralheizung beheizt. Das Objekt verfügt über zwei Außenparkplätze. Es hat zwei Schlafzimmer, zwei Badezimmer und einen Keller. Die Ausstattung entspricht einem gehobenen Standard. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 484 Quadratmetern bietet das Gebäude eine Wohnfläche von ca. 222 Quadratmetern. Das Haus hat einen Kaufpreis von 435.000 Euro. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage per Telefon oder via Internet. Bis zum nächsten Mal.